Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sport-Vlog. Es ist 8 Uhr morgens und ich kann gar nicht glauben, dass ich schon laufe. Boah, bin ich motiviert, aber kackbeine heute Morgen. Naja, gucken wie es weitergeht. Weiter geht es natürlich nach dem Intro. So. Ich habe jetzt schon so drei Kilometer hinter mir. Ich habe zuerst wirklich, wirklich kackbeine, aber jetzt läuft es einigermaßen. Und ich hoffe, dass ich heute eine anständige Distanz hinbekomme. Geschwindigkeit ist mir egal, hauptsache Distanz, weil ich will ja am 30. September Tough Mudder laufen und das sind 19 Kilometer und die muss ich auch nur einfach schaffen. Wie lange ich dafür brauche, ob vier Stunden oder acht Tage, ist scheißegal. Deswegen heute ist angesagt, Distanz, Distanz, Distanz. Mal gucken, ob es hinhaut. Jetzt habe ich zwölf Kilometer. Hinter mir. Zwölf Kilometer sind schon gut, aber wie gesagt, ich wollte ja Distanz, Distanz, Distanz. Deswegen laufe ich jetzt noch mal weiter. Mal gucken, wie weit ich komme. 15 hatte ich ja schon mal. Das wäre gut. Ein bisschen mehr wäre super. 14 Kilometer habe ich jetzt hinter mir. Mit der richtigen Musik im Ohr läuft das wie geschnitten Brot, hätte ich gesagt. Das ist ja Quark. Schwachsinn. Aber läuft gut. Wenn ich jetzt nach Hause will, einfach nur nach Hause, das ist der Plan, laufe ich 16 Kilometer. Voll geil. Voll geil. Noch etwa 200 Meter, dann habe ich 16 Kilometer voll. Sau geil. Sau geil, ehrlich. Ich wollte heute Distanz, Distanz, Distanz und ich habe es geschafft. 16 Kilometer. Wenn ich gleich zu Hause bin, dann habe ich 16. Sau geil. Also, ich freue mich auf den nächsten Sportvlog. Ich bin ja überhaupt überrascht, dass ich noch reden kann. Also, cheerio, Miss Trophy. Bis zum nächsten Mal.